Guten Abend, mein Name ist Adrian Gabriel, ich bin Referent in der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag für den ganzen Bereich unter anderem Innenpolitik, zu dem gehört natürlich dann auch der ganze Bereich Rechtsradikalismus, Rassismus und ich möchte Sie ganz herzlich zu einem hoffentlich spannenden und lehrreichen Abend hier begrüßen. Zum Ablauf mag ich ganz kurz was sagen, es ist folgendermaßen vorgestellt, wir haben zwei Referenten hier und werden versuchen, sich ungefähr eine Dreiviertelstunde zu orientieren, das heißt, wir hören gut 20 Minuten von jedem Referenten als Impuls und üblich auf unserer Veranstaltung ist es, dass wir dann versuchen, mit Ihnen oder mit Euch in den Dialog einzutreten, man kann also Nachfragen stellen, man kann sich mit eigenen Statements einbringen, kann eigene Dinge loswerden und wir versuchen natürlich auch gemeinsam nicht nur uns zu beschweren über die Verhältnisse, sondern natürlich hier auch rauszugehen und zu fragen, was können wir alle denn tun, um diese Verhältnisse auch ein Stück weit zu verbessern. Das heißt, wir hätten also ungefähr, muss es lauter sein? Ja, ja, gut, schon besser. Gut, also ich versuche ein bisschen näher anzugehen, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man ins Mikro beißt, aber ich versuche vielleicht einfach lauter zu sprechen. Also Ablauf ungefähr, jeweils eine Dreiviertelstunde insgesamt von den Referenten und dann hätten wir nochmal eine knappe Dreiviertelstunde Zeit für die Diskussion. Zur Diskussion mag ich gleich dazu sagen, auf Veranstaltungen der Linken unterbinden wir alle Äußerungen, die in irgendeiner Form beleidigend oder rassistisch sind und werden da gegebenenfalls dann auch vom Hausrecht Gebrauch machen, wenn das nicht eingehalten wird. Zu unserem Referenten, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte, hier zu meiner Linken, zu eurer oder ihrer Rechten, Petra Pau. Petra Pau ist ausgebildete Lehrerin, aber schon seit langer, langer Zeit professionell im politischen Geschäft unterwegs, ich glaube auch sehr erfolgreich, hat mehrmals das Direktmandat auch gewonnen, ist also über die Erststimmen auch mehrmals in den Bundestag eingezogen, hat zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit auf jeden Fall immer auch gehabt, den Kampf gegen Rassismus und gegen rechte Strukturen, also in der Gesellschaft, aber auch was die verfestigten Strukturen angeht und hat wahrscheinlich jetzt seit einem Jahr oder knapp einem Jahr eine ganz besondere Herausforderung, nämlich den NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages als Obfrau der Linken dort zu begleiten und außerdem ist Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestages. Auf meiner anderen Seite, zu meiner Rechten, von ihm zur Linken, Helge von Horn. Helge von Horn ist aus Hessen und hier auch schon seit vielen Jahren unterwegs, wissenschaftlich auf der einen Seite, aber auch mit vielen Publikationen, mit Beratungsleistungen und Helge von Horn, vielleicht kann man das nicht sagen, wird gerufen und kommt dann, wenn es vor Ort in Hessen Probleme mit Rassismus, mit Rechtsextremismus an Schulen, in Orten und so weiter gibt und versucht dort zu beraten und hat natürlich aufgrund dieser langjährigen Tätigkeit ziemlich genauen Einblick in das, was auch hier in Hessen zum Teil schiefläuft. Herzlich Willkommen auf Helge von Horn. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, auch im Namen der Landtagsfraktion der Linken im Hessischen Landtag. Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass der Probi-Leistungskurs der Karl-Kernus-Jetzki-Schule hier aus Wiesbaden heute da ist. Es freut mich ganz besonders, dass ihr das hier heute gekommen seid. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ein Jahr ist es jetzt her, dass der Skandal um die NSU ans Licht kam, dass diese beispielslose Mordserie an die Öffentlichkeit kam, zehn Morde, die begangen wurden und das Traurige, was man dazu sagen muss, ist, dass die NSU-Morde auch nur die Spitze eines Eisbergs sind. Seit 1990 sind mindestens 182 Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen. Und gerade seit der NSU-Mordserie haben wir auch vor allem eine Diskussion um die Rolle der Sicherheitsbehörden, allen voran des sogenannten Verfassungsschutzes, welche Rolle er dabei gespielt hat. Und es wird immer deutlicher, dass der Verfassungsschutz beim Kampf gegen Rechts nicht Teil der Lösung ist, sondern vielmehr Teil des Problems. Nazis werden, das zeigt sich immer deutlicher, nicht durch Geheimdienste bekämpft, sondern sie werden bekämpft durch das Engagement vieler mutiger Menschen, die sich Nazis in den Weg stellen, wenn sie aufmarschieren, die den Mund aufmachen, wenn Menschen rassistisch beleidigt werden. Und ich finde, gerade heute habe ich gehört, eine Äußerung aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss zur NSU-Affäre, wo ein sogenannter Verfassungsschützer gesagt hat, naja, also wenn einer unserer V-Männer bei der NPD, wenn einer unserer V-Männer straffällig geworden ist, dann haben wir ihm eben das Geld ein bisschen gekürzt. Ich finde, das ist schon bezeichnend dafür, wie mitschuldig sich die Behörden gemacht haben. Wir haben mittlerweile im Thüringer Landtag, wir haben im Bundestag Untersuchungsausschüsse, die eingesetzt wurden. Es gab einige Rücktritte, auch an wichtigster Stelle, aber die politischen Konsequenzen aus den NSU-Morden sind überhaupt noch nicht gezogen worden. Im Gegenteil, nach wie vor wird Ausklärung eher verweigert als vorangetrieben. Gerade heute, ich bin sicher, Petra wird dazu auch nochmal was sagen, ist bekannt geworden, dass in Berlin wieder Akten geschreddert wurden. Also man hat überhaupt kein Interesse, offensichtlich hier aufzuklären, sondern versucht, möglichst das zu verhindern. In Hessen haben wir die ein oder andere symbolische Aktion gehabt. So haben wir jetzt in Kassel einen Halitplatz, benannt nach Halit Yozgat, der 2006 von der NSU ermordet wurde, was gut ist, was wichtig ist, dass es diesen Platz gibt. Aber jetzt gab es eine Diskussion darum, ob man dann die dazugehörige Haltestelle eben auch umbenennt in Halitplatz. Und da hat sich der CDU-Fraktionsvorsitzende in Kassel mit den Worten geäußert, nun sei es aber auch mal gut. Und ich denke, wir müssen klar sagen, nichts ist gut. Das ist überhaupt nichts gut, denn hier wurden Familien verdächtigt, Familien der Opfer wurden verdächtigt, statt sie zu unterstützen. Und ich glaube, das sagt auch viel, die ganze Art der Ermittlungen, dass man überhaupt nicht in die Richtung rechte Gewalt ermittelt hat, sagt auch viel über Rassismus in deutschen Amtsstuben. Und ich finde, sicher habt ihr das mitbekommen, den absolut schockierenden Fall aus Frankfurt, wo ein dunkelhäutiger Mann in der U-Bahn kontrolliert wurde, angeblich keine Fahrkarte dabei hatte, dort übelst rassistisch beleidigt wurde mit Äußerungen, wir sind hier nicht in Afrika. Und der dann schließlich, so wird es geschildert, das ist jetzt aufzuklären, auch von vier Polizisten verprügelt wurde, drei Tage im Krankenhaus war. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz erschütternder Fall und zeigt, dass eben Rassismus wirklich ein riesiges Problem ist, auch in deutschen Amtsstuben. Die gute Nachricht ist an dieser Sache, dass über 2000 Menschen nach Bekanntwerden dieses Falls in Frankfurt spontan auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, Rassismus hat keinen Platz in unserer Stadt. Ich denke, für uns ist wichtig, dass wir alle eine Verantwortung haben, Rassismus, Faschismus zu bekämpfen, Nazis zu bekämpfen, wo sie auftreten. Deshalb freue ich mich ganz besonders einmal, dass Petra heute hierher gekommen ist, die, glaube ich, viele Dinge aus Berlin, auch aus dem Untersuchungsausschuss sagen kann, wo ja wirklich versucht wird, auch jetzt die Dinge aufzuklären. Ich glaube, das ist man auch den Familien der Opfer schuldig. Und ich freue mich natürlich auch, dass Helge hier ist, der sehr viel auch aus der Praxis, auch hier aus Hessen erzählen kann. Und deswegen wünsche ich euch eine gute Veranstaltung und freue mich, dass ihr alle hier seid.